Darcy ist ein deutscher Schäferhund. Sie ist gerade fünf Jahre alt geworden. Ich habe sie mit 16 Monaten bekommen und sie ist jetzt ein komplett ausgebildeter Schutzhund und seit einem Jahr auch fertig zur Rauschgiftsuche. Die Kollegin hat uns jetzt hier ein Versteck angelegt mit Rauschgift. Der Hund zeigt jetzt passiv an. Der Hund ist mit der Nase am größten Duftpunkt, den er erwischen konnte und friert jetzt komplett im Ganzen ein. Wie man hier schön sehen kann. Ja, super. Zeig es mir. Das Schwierige ist natürlich die Ausbildung. Das Schöne daran ist einfach ja das Tier selber. Ich habe das Glück, dass ich einen wirklich tollen Hund habe, der super arbeitsfreudig ist, der sehr sozial ist. Ich kann eine komplette Maschine, auf der vielleicht 150 oder 200 Gepäckstücke sind, in eins mit dem Hund abspüren und kann sagen zu fast 99 Prozent, jawohl, für mich ist da jetzt kein Rauschgift drin. Der Hund arbeitet komplett dieselbe Zeit, die ich auch arbeite. Natürlich mit kleinen Pausen. Es macht unheimlich viel Freude, mit dem Hund zu arbeiten und der Hund gibt einem auch dementsprechend die Freude zurück an dieser Arbeit. Der Hund lebt ja bei mir mit in der Familie. Also wir sind ein, ja, ich muss sagen, recht gutes Team.